Tanja Shevchenko muss sich behandeln lassen. Schuld ist ein Virus, das sie sich vor langer Zeit eingefangen hatte. Erst im Mai hatte sich die ehemalige Eiskunstläuferin und Schauspielerin Tanja Shevchenko, 46, unter Tränen auf Instagram bei ihren Fans gemeldet. Sie lag mit hohem Fieber und Schüttelfrost wegen der Influenza A, auch bekannt als Schweinegrippe, im Bett. Fast noch schlimmer als die Symptome war es für sie, Abstand zu ihrer Familie halten zu müssen. Ich höre die Kleinen da unten so viel weinen und das finde ich emotional als Mama am schwierigsten, weil die ja auch nicht ganz auf der Höhe sind. Dennoch gab sie ihr Bestes, um optimistisch zu bleiben, es wird vorbeigehen. Das zu wissen, ist immer gut. Nach fast 30 Jahren hat sich ein stillgelegter Virus wieder reaktiviert. Dieser Optimismus spricht auch aus ihren jüngsten Zeilen bei Instagram. Und Tanja braucht ihn. Denn sie muss wieder um ihre Gesundheit kämpfen. Dieses Mal ist es ein anderes Virus, das sie erwischt hat. Beziehungsweise, das sich zurückmeldet. Denn leider ist es ein alter Bekannter. Nach fast 30 Jahren hat sich ein stillgelegter Virus wieder reaktiviert, berichtet sie. Aber dieses Mal bin ich gewappnet. Tanja Shevchenko unterzieht sich einer Immuntherapie. Dann geht die Ex-Sportlerin etwas mehr ins Detail. Seit ihrer schweren Erkrankung 1996, wo sie gegen gleich zwei verschleppte Virusinfektionen kämpfen musste, lasse sie sich regelmäßig bei ihrem Arzt in München durchchecken und präventiv behandeln. Dieses Mal hat die Blutanalytik ergeben, dass genau genommen einer meiner zwei alten Virusfeinde wieder aktiv ist. Das ist doof. Aber nichts, was wir nicht wieder in den Griff bekommen können, gibt sie sich hoffnungsvoll. Sie bekam bereits eine Aminosäureninfusion und unterzieht sich zudem einer Immuntherapie. Mit der geht es am Montag weiter und bis dahin verbindet Tanja das Praktische mit dem Nützlichen und hat für sich und ihre Lieben ein Hotel in den Bergen reserviert, wo sie am morgigen Samstag auch ihren Geburtstag feiern wird. Aus allem das Beste machen, schreibt sie, und ich glaube gerade, das soll auch alles so sein. Klingt ganz, als habe Tanja ihren Optimismus trotz aller Herausforderungen nicht verloren. Klingt ganz, als habe ich mich nicht verloren. Klingt ganz, als habe ich mich nicht verloren. Untertitelung des ZDF, 2020